hallo liebe fliegerfreunde ich bin wieder am modellflugplatz in mettingen und habe morgen einen schulungsflug jetzt wollte ich mal eben kurz den venturi von graubner testen weil ich ganz alleine bin werde ich einen start ein boden start machen und die kamera dabei festhalten das modell fliegt so unglaublich toll dass ich es einmal vorführen möchte nur ein bisschen höher ziehen und schon fliegt das gerät so ich bin ich mit einer hand die kurven macht er selber und ich werde jetzt auch sofort landen gucken ob das klappt rechte hand sender in der hand und linke hand die kamera ich geht das gut wunderbar ihr seht der fliegt so eigenstabil der fans für jede schulung ist das modell klasse naja fließt sogar noch viel weiter lassen jetzt fliegen und einfach kommen lassen nicht mal den sender aus und dann kann ich da ein bisschen zoom wunderbar das ist ein tolles modell